Als Chuck Norris in der Schule war, mussten sich die Lehrer melden, wenn sie mit ihm sprechen wollten. Chuck Norris weiß nicht alles, er weiß noch mehr. Chuck Norris kann schneller stehen, als du laufen kannst. Chuck Norris kann ein Nokia kaputt machen. Wenn Chuck Norris in die Steckdose fasst, kriegt das Kraftwerk einen Schlag. Chuck Norris liest nicht. Er starrt das Buch so lange an, bis es ihm seinen Inhalt verrät. Chuck Norris schneidet ein heißes Messer mit Butter. Kleine Kinder pinkeln ihren Namen in den Schnee. Chuck Norris pinkelt seinen Namen in den Straßenbelag. Chuck Norris darf während eines Fluges rauchen, weil er zum Rauchen vor die Tür geht. Chuck Norris kann einem Panzer die Reifen zerschießen. Chuck Norris fällt nicht. Er attackiert den Boden. Chuck Norris ist Fallschirmspringen gegangen. Da sich sein Fallschirm nicht öffnete, ging er ihn nach der Handlung umtauschen. Chuck Norris hat beim Poker gewonnen mit Pokémon-Karten. Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er die Welt nach unten. Wenn Chuck Norris ins Kino geht, bekommt er eine Fernbedienung. Chuck Norris wurde von einer Königskobra gebissen. Nach fünf qualvollen Tagen starb die Kobra. Chuck Norris trinkt seine Kaffee immer gleich, schwarz und ohne Wasser. Chuck Norris' Auto fährt nicht mit Benzin, es fährt aus Respekt. Chuck Norris schläft mit Licht. Aber nicht, weil Chuck Angst vom Dunkeln hat. Die Dunkelheit hat Angst vor Chuck Norris. Wenn Chuck Norris parkt, muss die Parkuhr bezahlen. Chuck Norris wurde von der Polizei angehalten. Die Polizei ist mit einer Verwarnung davon gekommen. Chuck Norris reist stets mit offenem Seitenfenster. Auch im Flugzeug oder U-Boot. Wenn Chuck Norris sagt, ich hole dir die Sterne vom Himmel, ist das kein Witz. Er besitzt ein Trampolin. Chuck Norris soll mal einen Kampf mit einem Piraten verloren haben. Das ist natürlich nur ein Gerücht, das von Chuck Norris verbreitet wurde, um noch mehr Piraten anzulocken. Chuck Norris braucht ein Stuntdouble, aber nur in den Szenen, in denen er weinen soll.